Moin und was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blacklight Retribution mit Ninja-Rox und Eustachien-Cola. Moin und wir schneiden mal wieder eine Runde. Ja. Ganz am Anfang, wer was gegen Hardscopen und Rumnuben hat, sollte jetzt abschalten. Scheiße. Und fail. Oh lol. Oh lol. Auf jeden Fall ein Only-Sniper-Store ist schon mal was Gutes. Was machst du? Da, lol, da hab ich mal Austro-Flex. Alles nett, ihr stand beide rum. Ja, ich hab, ich hab Austro-Flex den Gedingst, Melit. Woll ich gar nicht. Okay. Das war, das war, das war nicht der real shit, man. Nein. Das war nicht der unreal shit. Ah ja, dabei ist Kill King, Draco und Jogger. Ah ja, die ganz, du hast die ganze Beat-Versammlung. Ich hab noch ein zweites Loadout mit derselben Sniper nur über einen anderen Scope gemacht. Ja. Ich hab mitgedacht, Digga. Was macht? Ich hab ähm, hast du meine Sniper übrigens von, ähm, Nuclear Shark hier. Ihr kennt ja bestimmt alle. Und einfach mal hier, beste Sniper extra, also genau, Sniper-Versuchung. Ja. Und hab da mein Bild. Ich hab, na ja, ich weiß nicht. Ich glaub, die haben so fast, haben ziemlich viele. Ähm. Oh. Äh. Na gut. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier, auch hier. Ja. Fuck. Scheat. Ähm. Was würd ich jetzt eigentlich sagen? Ähm. Eigentlich ist es ein bisschen zufällig wegen den Headshots. Also, man braucht mehr genauer Sniper. Genau, es sind ja ohne Headshots, das würd ich sagen. Danke. Ja, Mann. Natürlich. Nein, Mann. Mhm. Mhm. Oh, lol. Oh, ho, 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 ho. Shit, Alter. Der ist nach Uganda geflogen, Mann. Wer schießt hier, Mann? Ja, sind manche Opfer, die. Der gehört gleich eliminiert, Alter. Ich renne hier. Nein. Ich melie den, Alter. Of course. Oh, nein. Nö. 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 Werde ich kenne. Hier, Kicking. Noob. Oh, mein Gott. Na, Kicking ist echt gut. Rapid Call, Harscopen. So, Cola will kassieren, hab ich gehört. Kein Ding. Missgeburt. Ich hab gehört, ich rechte dein Kill. Aha. Ne, ich hab's. Machst eh keinen Headshot. Bäm. Und. Bäm. Und. Bäm. Und. Das kommt nicht. Juhu. Was? So. Hu. Hu. Achso, ein AR-Spast. Hauptsache, der... AR-Spast. Der gibt mir halt einen Lucky Headshot. Ist klar, Alter. Das muss ein Lucky Headshot sein, denn... In dem sein Level weiß der noch gar nicht, dass es Headshot gibt. Also, dass man auf dem Head-Aim dann... Ey. Ich bin Erster. Hu. Hu. Bye-bye. Das ist nur ein Kill mehr als ich hatte. Oh, scheme dich. Scheme dich. Oh, nein. Das war sowas von auf seinen Weg geaimt. Was? War das denn? Warum steht der plötzlich in mir? Wo ist denn hin? Wo ist der Spaß hin, Alter? Mhm. Okay. Ist grad gar nicht face running. Alter, komm jetzt. Geh rein, Mann! Geht nichts rein, Mann. Uh! Habt ihr den Quickscope gesehen? Habt ihr? Das habt ihr nicht gesehen. Ihr müsst nochmal zurückspuren und müsst ihr nochmal angucken. Darauf besch... Gehe ich jetzt. Ja. Den müsst ihr den Frame bitte raussuchen. Und Kohler per PN schicken. Danke. Ey. So. Uh. Uh. Im Mittelhaus befinden sich jetzt ein wenig Gegner. Nein! Ey, 9-4. Guck, 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 guck. Ich bin grad richtig... Ich bin grad schon relativ gut, ne? Showbox, ich möchte, dass du jetzt klatscht. Ja, Alter. Kannst aber einen drauf lassen, dass ich das nicht mache. Ja, ist Ronny. Okay. Ach, ficken! Probst ich doch nie! Uh! Huh! Nein! jinmmmmmm! Meat meat meat! Codeк! Komm wirquick. Wir Quik, radicult. Wievoh ich, hasco munge,ena. H chaos Déo. Hein, síé, ja. Nöööööö. Hallo! Ya! Oh, leck mich doch am arm. Rebli! Ist das mo effect C C呢? Ich mach's mit. Das war jetzt aber ne Re금fort, du. Alter Schwede. Ich bin generell startest schnell zu haben für den Roadkicks. So Wenn ihr mehr Sniper sehen wollt Könnt ihr auch mal ein Lag da lassen Ich Oh das gibt es nicht Ich treffe nichts Okay Okay Alles klar Kann man machen Leute Einfach mal rumstehen Dieser Epic Epic Call Steht eh immer mal rum Der tappt immer mal rum Stellt sich mitten aufs Feld in der Zeit Na Fuck 12-6 Ich behalte mein 2-HKD Showbox gammelt Am vor Vor Letzten rum Jetzt hat er mich auch du Was Xalter Ja Kill King ist nicht Aber ich bin besser So jetzt können wir nicht mal ein bisschen rum Jetzt müssen wir ein bisschen was hier Oh War das ein No-Scope Ich weiß es nicht Danke So jetzt gibt es erstmal da auf Jetzt ist mal Long Long Ja ich hab gar Achso der steht ja einfach drum Long Scope auf die Fresse würde ich sagen Ich hätte jetzt so ge... Nn 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 Das war richtig geil Leute, wir sind gleich wieder in der zweiten Runde, bis gleich Bis gleich So, Leute, jetzt sind wir wieder Moinsen Jetzt auf Heavy Metal Gucken wir, ob ich wieder einen ersten hin klatsche Oh ja Wo renne ich hin? Wieder mit der erste Freakle Ja, fast nur Zwei Leute kenne ich ja nicht aus der Runde Lächeln Stuck hat schon wieder gefordert man Hat schon wieder Play gefordert man Gefressen aber Play Warum bleibe ich stehen? Für den letzter? Mhm Habe ich schon mal weit geschaut Wer den schlage ich jetzt? Ja genau Ich tut mir leid aber Mach mal bitte weg Kill King Das ist kein Headshot gerade Ich war gerade in seinem Kopf drin, was ist falsch mit dem Jungen? Was macht ihr? Halt chill! Geh halt auf mich! Alter ist euer scheiß ernst Ficken! Nein! Nein! Alter ist das euer ernst? Was ist? Oh! Jetzt komm auch nochmal Lucky hier rein, alter Komm! Ficken wir? Huch! Digga! Ey, es ist ne Krankheit man! Alter! Ich mach immer so Opfer-Noskops Leck mich am auf! Leck mich am auf! Leck mich am! Cool, klar! LOL LOL Okay, ich hab grad gelackt Ja, du hast grad nimmst gelackt Ja, du hast grad nimmst gelackt Domination Mhm Wie kann man das schon mittel sein, oder? Ah! Ich mach's leck! Hä! Ah, als ob das grad kein Headshot war! Der könnte mich jetzt grad nicht verarschen! Uff! Komm her Kohler du kleiner Yikes, Alter! Ähm! ich bin das lustig ist jetzt lustig weil erst mal 8 erhebt dies weg aber jetzt blackheart als abfahrt okay 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 ich treffe nichts auf langer entfernung das ist der witz mann der witz ist das hier blackheart kommt runter das macht er das war so geil komm schon ach scheiß doch die wichse an mann ich mag es generell nicht so also hier bei deathmatch das finde ich halt gut weil sonst müsste man halt noch länger rennen um irgendwie gegner zu finden ist ein bisschen affig das wäre der epic headshot auf domination gewesen hey leute ist doch lächerlich es ist kein snipen was ihr machen ey es ist lächerlich of course kommt hier gleich wieder einer von der seite scheiß stocke alter was wo geht klinger hin habe ich doch prepper verteilt hier mann ja okay alles klar ey digger lassen was einfach ne weißt du was ich hab dich wenigstens überholst nein doch hast du verdient ach scheiß doch die wand an 6 6 leute das geht auf jeden fall klar wir sind jetzt auch keine oben 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 so drin nee aber ich habe echt also es gibt immer phasen wo man es einfach richtig suchtet dass man dann richtig gut drin ähm mein freunde aber danach ist man äh mann haus auf mauspad ach du mauspad alles klar stocke hau mal rein gehst du mit weg okay wenn er hat er noch ein dritter kommt wie macht er das der boi mhm habgolabort unterstützung geht klar oh deine leiche alles war was war stocke stocke hat die opfer kam du hürensohn jungs äh alter ich komm grad ich hab grad irgendwie kognitive störungen mhm was hast du von scopedrop aber gefressen hatte sexfach immer auch vor dir ey leg mich doch am schnabützelbop fleckend hallo halt hallo hier dann läufst du dir wieder einen wolf läufst du dir mann mhm lächerlich man macht einen kill und dann wird wieder gehetched junge ja ich bleib bei meiner 1er kd lächerlich ja ich hab vor uns ne 2er kd locker easy als ob das kein handy war ficken ja genau stocke nö nicht mit der ar nein einfach nein einfach nein ich glaub das ist ein 100 pro einer der ich weiß nicht ich weiß nicht ob man erst level 5 so schnell headshot hinkriegt ich denke eher nicht ich denke die merken ist gar nicht äh epico weiß nicht ob du aufs maul bist diese ecken schuss immer es macht gleich ne es reicht mir gleich wieder ich muss gleich irgendwas wieder zum abreagieren benutzen Ort der Al-Jungen ein Ficka hat's gut der Enten auch Alec noch mehr ein gut nun gut doch nicht auch Kriegsgruppen also Kriegsgruppen das ist der Hausprobleme Stöckig hätte das Grupport Prozent Orsdorff hat sein Gefangene und der nächste fängt sich einen und der dritte du kommst von vorne der von der Seite wie soll ich denn da stehen bleiben und da kommt der Showbox an und kriegt sofort ein Headshot natürlich kriegt er den vom Kulau ist der Seil ist ausgeteilt wo kommen die bitte an die Schüsse als Leistung kann man jetzt sehen und analysieren dass der Stock schlechter geworden ist oder wir halt auch besser jetzt muss ich ja bevorzugen uuuhh fuck ich bin noch zweiter geworden ich kann noch ein und ich hab fast genau oh crap oh crap will ich jetzt noch erst machen ne oh shit hab sie genug genug skoped ähm ey wie ich schon wieder nichts am Treffen bin ja hallo ja hallo ich hab ihn ich bin erster fuck macht euch das Treffen du kleine Mist guck doch ich geh gleich nach Hause habt ihr gesehen wo die Kugel eingetroffen ist es war 100% Kopf ohne Witz einfach stehen bleiben kurz Headshot verteilen kein Ding Stock du kleiner Mist Stock du kleiner Mist oh ho ho oh ho 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 jetzt frage ich mich auch wie man mit dem Scope zocken kann stocken kann hey lol alter wie viel gelöftet haben ich werd oh crap du hast genauso viele Punkte wie ich shish lol wenigstens Speed auf den ersten drei Plätzen ja schon also ich dachte man wird schon rumlücken dass ich ähm als erster bin ach jetzt ist Wut erster kann man denn jetzt drei Plätze überspringen na das geht ganz fix die Kados ganz ruhig nicht eskalieren 1414 ich hab lol ich hab seit 8.8 meine Kade ne seit 6.6 meine 1er Kade gehalten ficken ich bin positiv ja nice face running stocke erster gewonnen bitches alter was hab ich gemacht was hab ich gemacht was hab ich gemacht ähm ja nice der hat lakula ein bisschen geskilled mit der sniper guck mal ich hab noch hab noch ne keine ahnung 1,2er ne 1,0 2er ach nö negativ alter ist negativ zu dem afrika gut ähm Leute zweimal erster ich würd sagen dafür müsst ihr jetzt ein like droppen wenn ihr mehr sniper sehen wollt ich hab grad die 50.000 gp auch noch geknackt also heute ist ein ganz spezieller tag ich spüre es heute ist like tag Leute dann müsst ihr kommentieren so viele ereignisse und unten steht Neuigkeiten lass mal liken wenn ihr ein beat auch rein wollt dann schreibt es in die kommentare und ja dann bis zum nächsten mal ciao 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 haut rein